Ja, hallo. Heute melde ich mich mal on the road. Guten Morgen. Ich gehe heute zu einem Straßenfest, viel Musik, viel Livemusik, Party wahrscheinlich. Und ich habe lange keinen Vlog mehr gemacht. Ist mir so aufgefallen. Ich habe so über meine Videos geschaut und gesehen, Mensch, relativ viel Wissen, aber so wenig so einfache, belanglose persönliche Einblicke. Und der eine oder andere hat mir in seinen Kommentaren ja schon mal gesagt, es wäre halt auch schon immer mal interessant in dein Leben zu blicken. Und manchmal tue ich das aber meist bei den sehr, sehr krassen Sachen wie mit den Zahnen oder sowas. Ja, und da dachte ich einfach mal, mal einen ganz einfachen Vlog. Ich gehe heute zu so Kalibeben, nennt sich das, in Leipzig. So Straßenmusik bzw. Kneipenmusik, irgendwie sowas. Keine Ahnung genau, was das ist. Ich bin das erste Mal dabei. Das gibt es wohl schon eine Weile. Und dann nehmen wir es einfach mal mit und machen einen ganz klassischen, belanglosen Vlog. Viel Spaß. Und dann nehmen wir es einfach mal mit und machen. Und dann leben wir es einfach mal mit und machen. It's hard to scream, at least in time No, I get yourself in the eyes Do you want to surrender? With all of time It's hard to scream, at least in time I got myself, I got myself I know, I'll be down No, I get myself You can't do it No, I'm gonna go Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020